Hi Leute und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video und ihr seht, es dreht sich natürlich nochmal um Pathway Style 2. Wir machen die letzten Schritte zum Early Access Release und ich glaube, da sind die meisten von euch mega gespannt drauf. Ich dachte mir allerdings, ja, was machen wir denn wirklich Sinnvolles hier heute im Video, anstatt irgendwelches Gameplay anzugucken und sich selbst mit seiner Präsenz zu beweihräuchern, habe ich gedacht, wir machen doch lieber was Produktives und was Nützliches für euch. Und da ist mir eigentlich eingefallen, dass es hier doch eine coole Seite gibt, nämlich poe2db.tv. Das poste ich euch unten bestimmt noch mal in die Videobeschreibung rein, könnt ihr selber vorbeischauen. Das ist eine coole Seite, wie ich finde, weil die bringen erstmal News und die hätten auch immer coole Items, also hier auch Uniques dabei oder Belohnungen, die ihr von Bossen bekommen könnt als permanente Buffs für euch, dass ihr mal eine Vorschau habt, was könnt ihr denn da alles Cooles bekommen. Aber wie gesagt, eben auch Unique-Item-Effekte und so weiter. Da gibt es eine ganze Menge und auch ein bisschen Spoilers dabei, aber um Spoilers soll es heute eigentlich nicht gehen. Ich möchte viel lieber, und das habt ihr bestimmt schon im Titel und Thumbnails und so weiter gesehen, einfach anhand von den Unterstützungs-Edelsteinen, also den Fähigkeits-Edelsteinen und den Unterstützungs-Edelsteinen, ein bisschen was erklären, besonders für Einsteiger in das Pathways allgemein, die sich noch gar nicht damit befasst haben, damit ihr einfach einen ersten Eindruck davon bekommt, was so alles möglich ist und wie das Ganze grundlegend funktioniert. Ja, wirklich grundlegend als Einstieg in die ganze Sache. Und dann reden wir zum Schluss auch nochmal über Geistersteine, was die jetzt mitbringen in Path of Exile 2, was ja mit der Spirit, mit Spirit allgemein im Zusammenhang steht. Also, labern wir nicht mehr lange drum rum, sondern wir fangen an und gucken uns Fertigkeiten-Edelsteine und Unterstützungs-Edelsteine mit einem Beispiel an. In Path of Exile 2 werdet ihr unter eurem Loot letztendlich ungeschliffene Edelsteine finden. Die habt ihr dann in eurem Inventar. Wenn ihr im Inventar drauf klickt, öffnet sich das Menü, wodurch ihr dann entscheiden könnt, was ihr da schleifen möchtet. Der Edelstein ist ungeschliffen und ihr könnt ihn zum Beispiel zu einem Fertigkeits-Edelstein schleifen und ihr könnt da entscheiden, welchen ihr haben wollt. Das wird wahrscheinlich eine Level-Anforderung haben, was ihr da zum Beispiel zur Auswahl habt. Aber ihr könnt grundsätzlich mal entscheiden, was ihr da schleifen möchtet. Das ist besser und einfacher jetzt gemacht, zugänglicher gemacht als Path of Exile 1. Und wenn wir jetzt zum Beispiel denken, ja gut, wir haben jetzt so einen Fertigkeits-Edelstein, so einen ungeschliffenen, wir haben jetzt ungeschliffene Edelsteine gefunden und sagen, wir möchten den Fertigkeits-Edelstein bei Inspektor zum Beispiel schleifen, ja, und entscheiden uns dafür, dann bekommen wir den Skill, wenn wir diesen Fertigkeits-Edelstein dann geschliffen haben und den in dieses Skill-Fertigkeiten-Menü reinpacken. Das seht ihr, das zeige ich euch bestimmt im Video jetzt hier nochmal kurz an. Ganz links sockelt ihr quasi diesen Fertigkeits-Edelstein rein. Dadurch könnt ihr den auch aktiv schalten, habt ihn dann in eurer Fertigkeiten-Leiste. Jetzt könnt ihr diesen Skill grundsätzlich benutzen. Ihr seht allerdings, dass daneben noch Slots dabei sind bei jedem Fertigkeits-Edelstein und ihr könnt bis zu fünf Slots hier haben rechts daneben. Das sind die Unterstützungsslots. Da kommen also die Unterstützungs-Edelsteine rein. Und da gehen wir jetzt gleich auch nochmal kurz einfach hin, um zu sagen, wir können dann Unterstützungs-Edelsteine haben, die dann die jeweilige Fertigkeit unterstützt. Also das sind, Unterstützungs-Edelsteine sind sozusagen Mods. Modifikationen, ja, von anderen Games, wenn ihr Mods kennt, dann das sind Mods. Hier heißt es Unterstützungs-Edelstein. So, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen Bind Spectre, das gibt uns einen Günstling, also sozusagen einen Diener, das ist jetzt durch den Browser übersetzt, wie ich ja gesagt habe, ich glaube schon, auf jeden Fall fängt den Geist eines besiegten Monsters ein, sodass es als Diener beschworen werden kann und bringt uns also quasi einen Diener. Wenn wir jetzt diese Fähigkeit anwenden, ihr könnt die grundlegend ja dann anwenden, wenn ihr die reingeslottet habt, und dann sagt ihr, boah, finde ich gut, ich würde das gerne weiter ausbauen, ich finde das cool. Dann nutzt ihr den Skill einfach weiter und dann, wenn es dann zum Thema Unterstützungs-Edelstein kommt, irgendwie konnte ich das jetzt gerade nicht über Günstling finden, obwohl es hier steht. Wir sind jetzt also im Bereich der Unterstützungs-Edelsteine, wie ihr hier seht, haben hier eine Riesenübersicht und jetzt haben wir zum Beispiel was gefunden. Hier, das bezieht sich auf Günstling. Das ist jetzt schon mal das erste Wichtige, was ich, denke ich, mal hier mitgeben kann, einfach für alle, die neu dabei sind. Dann schaut ihr natürlich, dass der Unterstützungs-Edelstein auch gültig ist, anwendbar ist für eure Fertigkeit. Es gibt andere, die passen nicht dazu, aber wenn jetzt hier zum Beispiel steht, Diener aus unterstützten Fertigkeiten haben plus 30% auf alle Elementarwiderstände, bedeutet, ihr nehmt diese Elementararmee, diesen Unterstützungs-Edelstein und packt den dann im Menü in einen Slot von Bind Spectre. Packt den einfach daneben rein und dann ist der Diener, den ihr beschwört, der hat dann mehr plus 30% auf alle Elementarwiderstände. Das ist quasi dann Unterstützungs-Slot 1. Dann können wir mal schauen, hier ist nur Discount von Dienern, wird nicht unterstützt. Hier zum Beispiel haben wir auch Günstling, das sehen wir hier auch nochmal als Hinweis, Essenz, Essenzernte. Stellt 50 Mana wieder her, wenn ein Diener aus unterstützten Fertigkeiten stirbt. Erklärt sich dann von selbst, ihr packt den dann auch und packt den dann in den zweiten Slot zu eurem Bind Spectre und dann funktioniert Bind Spectre so. Nämlich dann, wenn so ein Diener stirbt, kriegt ihr 50 Mana wieder. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt noch was haben. Ich glaube, hier ist ziemlich viel ausgeklammert. Hier ist vielleicht nochmal einer Fressrausch, den packt ihr dann in den dritten Slot sozusagen und macht dann Diener von unterstützten Fertigkeiten und verursachen 30% mehr Schaden. Diener von unterstützten Fertigkeiten erleiden 20% mehr Schaden. Hier ist vielleicht nochmal auch ein ganz guter Hinweis, häufig ist es im Pathway-Saal so, dass wenn ihr einen guten Buff bekommt, habt ihr da auch einen Debuff dabei. Das heißt, ihr müsst irgendwas opfern. Zum Beispiel mehr Projektile zu haben, ist meistens damit verbunden, dass das einzelne Projektil weniger Schaden verursacht. Ihr habt also immer einen Tausch. Und entweder wollt ihr jetzt mehr Einzelschaden auf einem Projektil oder ihr wollt mehr Projektile. Und je nachdem. Und das ist jetzt erstmal grundlegend das Wichtige für alle Einsteiger, wie ich finde. Ihr findet einfach diese ungeschliffenen Edelsteine. Ihr könnt dann entscheiden, was für Edelsteine ihr haben wollt. Und ihr kombiniert dann diese Fertigkeiten-Edelsteine mit Unterstützungs-Edelsteinen. Und ihr könnt, was ihr in den Unterstützungs-Slot reingepackt habt, könnt ihr jederzeit wieder rauspacken. Ihr könnt es einslotten und gucken, okay, wie funktioniert die Fähigkeit jetzt. Und dann sagt ihr, nee, gefällt mir jetzt nicht. Dann packst du das wieder raus und packst was anderes rein, probierst es damit. Das ist eigentlich das Schöne daran. Das heißt, ihr könnt relativ früh, relativ schnell mit verschiedenen Fertigkeiten rumprobieren. Und da auch verschiedene Unterstützungs-Edelsteine mit dazu packen. und dann einfach zu schauen, hey, welche Kombination fühlt sich gut an? Welche fühlt sich stark an? Mit welchen kill ich schnell die Feinde? Und ja, was macht mir persönlich einfach Spaß? Und mit welcher Waffe möchte ich denn eigentlich kämpfen? Und was bietet mir diese Waffe oder was bietet mir eine andere Waffe für Fertigkeit-Edelsteine ein? Weil bei manchen, wie man hier sieht, das erfordert ja zum Beispiel hier ein Einhand-Streitkolben, das andere ein Zweihand-Streit oder auch ein Zweihand-Streitkolben, das geht mit beiden Waffen sozusagen, ja? Oder hier zum Beispiel geht das nur mit einer Armbrust, das geht dann natürlich nicht mit einem Streitkolben. Hier könnt ihr also frei nachdenken, was ihr da haben wollt. Und ich glaube, das Wichtige ist auch für Einsteiger zu wissen, ihr habt eigentlich keine Begrenzung, was eure Waffenwahl angeht. Also theoretisch, sag ich jetzt mal so, wenn ihr mit dem Krieger anfangt, ja? Und dann zum Beispiel was findet, da steht dann, ja gut, wir brauchen eine Armbrust, ja? Dann könnt ihr theoretisch mit dem Krieger sagen, ja gut, ich habe hier gerade eine Armbrust im Inventar liegen, Mensch, die nehme ich jetzt mal, die slotte ich jetzt mal die Armbrust. Aber hier gibt es eine wichtige Bedingung, die Armbrust wird wahrscheinlich eine hohe Anforderung von Geschicklichkeit haben, von dem Attribut, denn ihr habt ja in Pathway Stärke, Intelligenz und Geschicklichkeit als drei Attribute. Und die sind grundlegend so, die waren bei Pathway 1 auch so. Und ihr könnt die Armbrust halt eben nur ausrüsten, wenn ihr eine gewisse Menge an Geschicklichkeit habt. Wenn ihr die nicht habt, dann könnt ihr die Armbrust auch nicht ausrüsten, dann bringt euch auch zum Beispiel panzerbrechende Geschosse nichts als Fertigkeit Edelstein, könnt ihr dann vergessen. Aber ihr könnt theoretisch mit dem Krieger sagen, okay, ich brauche mehr Geschicklichkeit, weil ich will die auch Armbrust ausrüsten. Dann könnt ihr das über den passiven Skillbaum zum Beispiel machen, über diese Travel Notes, wo ihr sowieso passive Skillpunkte reinverteilen müsst, könnt ihr dann wählen, okay, plus Geschicklichkeit und nicht plus Stärke zum Beispiel und nicht plus Intelligenz, sondern ihr sagt plus Geschicklichkeit. Dann habt ihr vielleicht Ausrüstungsteile, wo dann auch noch dran steht, oh, plus Geschicklichkeit, Mensch gut, dann slottet ihr das auch noch rein bei eurem Krieger und dann habt ihr irgendwann genügend Geschicklichkeit, um die Armbrust auszurüsten. Dann könnt ihr auch den Fertigkeiten Edelstein ein Panzerbrechende Geschosse in eure Skillmenü reinpacken und könnt dann mit Panzerbrechenden Geschossen durch die Gegend schießen als Krieger und auch als Zauberin machen und was weiß ich. Also diese Möglichkeiten gibt es in Path of Exile und Path of Exile 2. Ihr seid da sozusagen frei, sofern ihr die Attributsanforderung von der Waffe erfüllt, könnt ihr die Waffe auch benutzen und dann könnt ihr auch den Fertigkeiten Edelstein dazu benutzen, der zu der Waffe passt und dann könnt ihr auch einen Unterstützungs Edelstein benutzen, der dann eben zu diesem Skill passt, also zu dieser Fertigkeit. Und so habt ihr schon mal einfach ein Intro, was da theoretisch alles möglich ist. Also ihr könnt auch eine Zauberin basteln, die irgendwelche Zauber-Skills dabei hat, aber eben auch mit einer Armbrust rumläuft. Der Punkt ist jetzt hier nur der, dass ihr natürlich als erste Präsentation von den Klassen mal so Archetypen bekommen habt. Also die Zauberin, die hat einen Zauberstab, die macht Zaubersprüche. Der Söldner hat eine Armbrust und er schießt Projektile, Pfeile. Und der Krieger, der hat ein Schild und der hat einen Streitkolben oder der hat einen Zweihandstreitkolben. Theoretisch können die Klassen, alle Klassen, alles Mögliche machen. Nun, was macht Sinn davon? Da müsst ihr halt dann im Endeffekt drüber nachdenken, was wirklich Sinn macht. Denn wenn ihr natürlich sehr viel dann den Krieger zum Beispiel in die Geschicklichkeitsrichtung ausbaut, habt ihr natürlich nicht mehr so viel Stärke. Das heißt, die Stärke-Skills oder die Skills, die Stärke erfordern oder Ausrüstung, die Stärke erfordert und eigentlich für den Krieger manchmal sinnvoll sein könnte, die könnt ihr dann eventuell nicht ausrüsten, weil ihr nicht genug Stärke habt, weil ihr zu viel Stärke für Geschicklichkeit geopfert habt. Weil ihr Geschicklichkeit brauchtet, um die Armbrust nutzen zu können. Und so müsst ihr natürlich dann denken, ihr könnt natürlich mit dem Krieger ein Armbrustbild machen, nur ihr müsst dann überlegen, okay, welchen Weg gehe ich dann, welche Items rüste ich aus, welche Items brauche ich, welchen Weg gehe ich im Skillbaum und es hat alles immer seine Opfer. Das heißt, ihr habt dann halt vielleicht irgendwie dann nicht so viele coole Kriegerskills, typische Kriegerskills oder ihr könnt dann nicht vielleicht jede Rüstung ausrüsten, die ein Krieger normalerweise tragen könnte, weil die Stärkeanforderung von dieser Rüstung zu krass ist und ihr die nicht erfüllt, weil ihr halt eben nicht so viel Stärke machen konntet, weil ihr mehr Geschicklichkeit gebraucht habt. Und das ist letztendlich so die Grundlage, die ich jetzt lange ausgeführt habe, glaube ich, die es zu verstehen gilt. So, und da wir jetzt Fähigkeiten, Fertigkeiten, Edelsteine und Unterstützung, Edelsteine in der Grundlage besprochen haben, gehen wir noch zum dritten Thema, nämlich Geistersteine. Also ich weiß nicht, ob die jetzt so heißen würden. Spirit Stones wahrscheinlich, denke ich. Und das hängt ja mit der Ressource Spirit zusammen, die es neu gibt in Pathwexel 2. Ich glaube, wir brauchen jetzt, es bringt nicht so viel eigentlich um Pathwexel 1 zu reden, was da anstatt Spirit war. Jetzt ist es auf jeden Fall so, es gibt eine Ressource, das nutzen die Entwickler natürlich, um das zu balancen, weil mit Spirit kann man Skills, beziehungsweise sowas wie eine Aura zum Beispiel oder Fähigkeiten, die Diener haben, kann man so verstärken, ja, mit dieser Ressource und man hat nur eine begrenzte Anzahl davon und man kann mehr Spirit bekommen, zum Beispiel durch das Töten bestimmter Bosse, weil die das als Belohnung geben, ja, als Drop. Deswegen ist natürlich ein schöner Anreiz, auch bestimmte Bosse zu killen und die zu suchen. Und hier seht ihr halt einfach Beispiele für Geistersteine und die geben euch halt auch unterschiedliche Sachen. Manche geben einen Nebeneffekt, der immer aktiv ist sozusagen, wie jetzt hier zum Beispiel Herold des Eises. Wenn diese Option aktiv ist, wird durch das Zerschmettern eines Gegners eine eisige Explosion ausgelöst, die umstehenden Gegnern Angriffsschaden zufügt. Also das ist sozusagen wie ein permanenter Buff, der im Hintergrund aktiv ist und ihr seht jetzt hier aber auch Reservierung von 30 Spirit. Das heißt, dieser Stein reserviert und nimmt dir 30 Spirit Points weg, Geistpunkte weg. Die sind dann weg. Das heißt halt eben als Balance, ihr könnt hier nicht tausend Steine benutzen, weil die halt alle Spirit kosten und ihr habt nicht so viel davon. Das heißt, ihr entscheidet hier wahrscheinlich aus einer noch größeren Liste, was möchtet ihr denn haben, was haltet ihr für sinnvoll, als Ergänzung zu dem, was ihr jetzt sonst schon so gemacht habt, mit euren Fertigkeiten-Edelsteinen, mit euren Unterstützung-Edelsteinen und so, was wollt ihr da? Da gibt es ja dann zum Beispiel auch Skills. In diesen Geist-Edelsteinen, wie ihr seht, könnt ihr Fluch-Fertigkeiten einsockeln und die wirken in einer Aura um dich herum und das reserviert 30 Geistpunkte pro eingesetztem Fluch. Das heißt, wenn wir jetzt an 5 Slots denken, haben wir 150 Spirit dadurch weg. Das wird wahrscheinlich eine ganze Menge sein, könnte ich mir vorstellen. Und hier steht halt noch mal zur Erklärung, kombiniert alle eingefassten Fluch-Fertigkeiten zu einer abscheulichen Aura, deren Effekte auf alle Feinde in der Nähe angewendet werden. Also quasi sowas wie eine Ultra-Aura. Ihr könnt mehrere Auren miteinander kombinieren. Alles, was hier mit Fluch getaggt ist, kann man dann mal angucken und schauen, ob sich das dann da rein slotten lässt, um eine Mega-Kombi zu machen aus verschiedenen Fluch-Fertigkeiten, die dann als Aura um einen herum gelten. Also ihr seht an diesem Beispiel schon, wie krass sowas wahrscheinlich sein kann. Und hier zum Beispiel auch sowas wie ein Meta-Edelstein auf Schock wirken. Verleiht einen Buff, der ihnen Energie verleiht, wenn sie Feinden einen Schock versetzen und der beim Erreichen der maximalen Energie eingefasste Zauber auslöst, bedeutet, in diesen Stein zockelt ihr dann Fähigkeiten rein und wenn ihr das maximale an Energie erreicht, durch dieses Schock versetzen, dann wird das getriggert. Erhalte 20 Energie, wenn du einen Gegner mit einem Treffer einer Fertigkeit Schockst einmal pro Einsatz der Fertigkeit 10 maximale Energie pro 0,1 Sekunden der Basis Zauberzeit von eingefassten Zaubern. Löse alle eingefassten Zauber aus und verleiht alle Energie, wenn die maximale Energie erreicht ist. Also die Details brauchen wir uns jetzt erstmal nicht so genau erstmal reinziehen, aber nur, dass ihr einen Eindruck bekommt, was da so Interessantes möglich sein wird, was getriggert wird, zum Beispiel durch solche Metasteine und so weiter. Also hier gibt es jede Menge Sachen, sei es so Buffs, die im Hintergrund laufen oder Sachen, die dann getriggert werden, wenn dies und das erfüllt ist und das passt natürlich zu bestimmten Builds. Also das, was wir jetzt gerade gesehen haben, passt super zu der Aszendenz von der Zauberin, wenn ich es noch recht im Kopf habe, wie diese Sturmruferin oder ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber schaut da gerne auch nochmal das Klassenvideo, was ich gemacht habe, an, da werde ich die alle oder habe ich die alle auch schon mal vorgestellt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich jetzt erstmal ein kleines Indruck gehabt habe in diese Bereiche, was diese Edelsteine angeht und das ist einfach eine schöne Sache zum Rumexperimentieren, wie ich finde. Das heißt, ich würde euch raten für den Anfang, lasst euch da Zeit, seid experimentierfreudig und probiert aus, kombiniert das, kombiniert verschiedene Fertigkeiten, die ihr findet mit diesen Unterstützungsedelsteinen. Geht raus in die Welt, haut ein paar Monster und guckt, ob sich das für euch richtig cool anfühlt. Denn das finde ich, zumindest für mich und das werde ich auch noch in einem anderen Video zum Thema machen, ist das für mich der wichtigste Punkt, um den eigenen Bild zu finden, um ein Bild zu definieren und einen Plan zu machen, was habe ich denn vor, wie möchte ich kämpfen, wie möchte ich mega viel Damage machen oder wie möchte ich mega tanky sein oder wie möchte ich ultra viele Projektile um mich rum ballern oder wie möchte ich die Feinde mit Feuer wegrösten auf dem ganzen Bildschirm und so weiter. Also so findet man die Sachen, die dann richtig Spaß machen und man findet Wege, um das noch mehr zu pushen und noch mehr zu verbessern. Und das steckt letztendlich in der Magie dieser Edelsteine drin, die Path of Exile 2 und Path of Exile 1 eigentlich schon auch mitbringt und dieses ganze Skillsystem, was das so interessant macht. Ich hoffe, ich habe das für euch hier trotz der relativ großen Trockenheit hier auf dem Bildschirm doch interessant und ansprechend rübergebracht, damit ihr da auch was mitnehmen konntet, vor allem als Einsteiger. Lasst mich natürlich gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich auf euer Feedback, lasst gerne ein Like da und gerne auch ein Abo, wenn ihr weiter am Ball bleiben wollt, bei mir hier am Kanal und dann bis zu einem nächsten Video, Leute, haut rein und ciao.